180 Grad Nord, 0211 Grad West, 0815 Grad Ost, F95 Süd, das ist genau hier. Wie lautet dein Name, Mädchen? Frau Kunze. Ich, der Prinz, versetete bis vor, um 12 Uhr dieses Türmchen geräumt zu haben. Weil ich hier mein Schloss bauen lassen will, damit ich später König werden kann. Wir beide sollen hier ausziehen. Katzen fangen Mäuse, Hexen sind böse. Eine Hex hält mich hier gefangen! Oh nein! Wie? Nein, nicht durchs Gesicht! Katze! Kann ich holen! Weil dann herrscht meine Kapunze aus unserem Zuhauseschleifen weh! Sie sagte, ihre Macht kann nur gebrochen werden, wenn du drei magische Dinge zurückbringst, die sie erschaffen hat. Du bist vielleicht noch nicht so dumm wie alle sagen. Was? Ich will aber keine andere Stelle für mein Schloss! Ich will diese Stelle! Männchen, lass dein Haar herunter. Sag mal! Weißt du eigentlich, wie schwer du bist? Und außerdem ist mein Name Kapunze! Wuuu! 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 Wuuu!